Wenn man bei Google Scholar etwas sucht, bekommt man häufig wissenschaftliche Artikel. Ich vergleiche jetzt mal so einen wissenschaftlichen Artikel mit dem Artikel einer Zeitung, in diesem Fall Spiegel, zum gleichen Thema Einsamkeit bei Jugendlichen, um die Unterschiede mal ein bisschen rauszuarbeiten. Also so ein wissenschaftlicher Artikel, der schaut hoher aus. Da gibt es die Autoren, die sind meistens Wissenschaftler, und das ist ein typisches Spiegel-Panorama, warum Einsamkeit drankmacht, eigentlich ähnlich. Beim Spiegel geht es los mit einem Beispiel, mit einer Lena. Und das ist aus wissenschaftlicher Sicht, ist das n gleich 1, das ist eine Person. Das ist sehr interessant, das zu lesen, hat aber keine Aussagekraft. Auch n gleich 10, wenn man 10 Leute kennt oder selbst 20 Leute kennt, das sagt noch nichts. Wir brauchen in der Wissenschaft n gleich 1000 oder mehr, um irgendwas aussagen zu können. Das Nächste, in dem Artikel gehen die auf eine Studie ein, es wird dann nachher wissenschaftlich. Hier sagen sie, dass 35% der jungen Menschen sich einsam fühlen. In dem wissenschaftlichen Artikel finde ich die Methodik interessant. Da wird erklärt, wie man das misst. Also man fragt die Leute, ich fühle mich einsam von 0 bis 5. Und damit wird schon mal klar, wie unsicher diese 35% sind. Also von 0 gar nicht einsam bis 5 einsam. Die 35% haben die 5 angegeben. Oder ist 4 und 5 einsam? Oder ist 3, 4 und 5 einsam? Das ist ein Riesenunterschied, ob ich da bei den 35%, die die mit 3 reintue oder alle, die nicht 0 eingegeben haben oder so weiter. Und damit merkt man, das ist interessant, kann ich aber nicht zitieren. Also geht gar nicht. Aber es ist auch nicht schlecht, weil ich kann ja die Studie suchen. Ich lese im Spiegel was. Und dann kann ich ja auch von den Unis und die 35% lässt sich ja über Google finden. Könnte eine gute Studie sein. Auf die Originalstudie gehe ich. Also ich habe jetzt hier, wenn ich bei Scholar eingebe, liefert mir der Google-Algorithmus irgendwas. Wenn ich beim Spiegel schaue, vielleicht hat der Journalist die besten Studien gefunden. Und das gibt mir einen schönen Überblick. Aber ich muss dahinter schauen. Der Spiegelartikel selber ist es nicht. Hier so Grafiken aus dem Spiegelartikel. Die sind gar nicht so schlecht, weil da ist ein Sternchen und hier ist die Quelle gegeben. Das ist gut. So hier auch unten ist die Quelle. Was hier gar nicht geht, die Y-Achse. Da ist keine Beschriftung. Überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich. Das geht nicht. Was aber an der Grafik schön ist, die haben eine Spannbreite. Das heißt, die Grafik sagt, ich bin hier unsicher. Und das ist gut. Das hat die hier nicht. Also bei jeder Statistik ist es eigentlich sehr wichtig zu wissen, wie unsicher ist das Ganze. Das heißt, auch hier gilt wieder eine schöne Geschichte. Aber man geht auf die Originalquelle und dann kommt man weiter. Die Frage ist natürlich, ich will das gerne zitieren. Ich finde das nicht. Ist verloren, kostet was. Darf ich dann direkt sagen, Lautspiegel gilt, ältere Menschen fühlen sich einsamer? Das, ich mache ein Fragezeichen. Da muss man die Person fragen, die einen bewertet. Ob in dem Fall das okay ist, weil es nicht so wichtig ist. Ob man da einfach sagen kann, ja, Lautspiegel sind die älteren Menschen. Aber und so weiter. Oder ob das ein No-Go ist. Das wird jedes Mal anders bewertet. Das ist einfach so. Also Zusammenfassung, wenn es eine seriöse Zeitung ist, dann bekomme ich einen guten Überblick. Ja, schönen Einstieg. Unbedingt lesen. Aber ich sage jetzt, beim Kern des Themas, da muss man zeigen, dass man in die Tiefe geht. Man muss nicht jeden Faktum aus irgendeinem wissenschaftlichen Ding ziehen. Aber was ist die Kernfrage? Und da gehe ich mal tief, tief rein. Und das sehe ich dann nicht in den Medien. Vielleicht Ausnahme ist bei Enthüllungen. Also Edward Snowden, da ist natürlich Spiegel die Primärquelle. Aber in der Regel ist es ja nur, berichten die Spiegelleute über Quellen, die ihr im Original lesen solltet. Da humanos diese wurde geschehen. Ich Prince Mist. Du Youtuber, ich Gettingmelеня. Und dann wurde das. Ich bin wieder öffnet. achtar durch das Tj disposkong. Vielen Dank.